Das Spiel hat eine Handlung. Doch, doch, Max. Die ist nur sehr verwirrend. Die ist nicht... Wifi-Win ist, glaube ich, auch nicht der... Der richtige Ausdruck. Die ist anders. Die ist anders. Wie ist der Stand? Der Stand ist, ich habe immer noch keine Dings da. Die sind noch in der Fertigung. Wenn ich was weiß, rufe ich dich an und sage dir Bescheid. Also, wenn ich mich nicht melde, dann ist einfach noch nichts passiert, leider. Da muss ich aber auch Max ganz kurz mal recht geben. Flugscheißer mag keiner. Also, es könnte sein, dass das erst übernächste Woche kommt oder so. Das war dumm. Okay. Runter zur Straße. Ja, wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit. Also, ich baue das auch alleine zusammen. Ja, wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit hast. Okay, Zeit zu gehen. Das muss hier irgendwo rausgehen. Na, wer kommt uns gleich anspringen? Da mal was! Oh, shit! Weg von mir! 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 jetzt direkt ja das frage ich mich seit 13 stunden was zur hölle wo sind wir also an an welchem emotionalen punkt sind wir hier gerade da bin ich schon seit zwölf stunden wirklich jetzt weißt du mal wie es uns geht das einzige was wir machen mit dir ist zettel einsammeln von schwangerschaft hören zedowide rauchen 420 kraut bumsen was habe ich vergessen ich weiß nicht status es kompliziert ja du bist hier und das krankenhaus ist hier abkürzung durch den park nur noch ein stück hier durch den park wir gehen jetzt wandern ist doch geil müssen wir uns nicht irgendwelche häuser angucken und drei lumpen aufsammeln kuklux klan ich sag's euch der kuklux klan im wald jetzt pass auf wenn da jetzt der kuklux klan ist dann habe ich mich erschrocken ok der war gut okay der war gut ich habe mich wirklich erschrocken wo habe ich mich erschrocken wie viel ging es denn noch was ist das hier gegen krieg oder was krips gegen platz ich verstehe das nicht mehr chat wer kommt denn hier noch alles wolf fedra ich bin halt auch schlecht vorbereitet ich muss nachladen ich bin halt auch gut ich bin halt auch gut Okay, wegrennen wäre natürlich das einfachste gewesen, Fuck Warrior, da hast du schon recht. Sind das jetzt hier die Amazon-Elfen oder was ist das hier? Ja. 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 Ah, genau, wir wollten ja zum Krankenhaus. Wir haben Nora aufgehängt. Lohnt sich halt auch gar nicht, die Leute zu töten, echt nicht, weil du gar nicht genug Ressourcen hast. Ich glaube, ich mache Pazifist Run. Sneak mich so ein bisschen durch, außerhalb bei den Zombies. Aber das passt ja dann auch wieder nicht mit der Story. Man will ja alle Wolves töten. Anscheinend waren sie sehr stark. Ne, ich war nur schlecht vorbereitet. Also ich war wirklich super schlecht vorbereitet. Ich glaube, meine Waffen waren alle nicht nachgeladen. Das war nicht gut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr froh, dass du kurz gebackseed gamed hast, weil ich wäre nicht weggegangen. Ich hätte sie versucht zu töten. Aber die sinnigere Variante wäre gewesen halt, sie nicht zu töten. Also an der Stelle... Very good Vexit Gaming. Ey, wir wollen keine Sammelkarten. Wir wollen Zettel, Mann. Wer braucht Sammelkarten, wenn du Zettel sammeln? Hallo? Schau dir mal an, wie voll unser imaginärer Sammelordner ist. Guck mal, der ist schon so fett. Der ist so fett, der geht nicht mal mehr zu. So viel Papier haben wir eingesammelt. Ey, ist alles gut, Frau Greuer? Alles gut, alles gut. Oh, stimmt. Wir machen das für das Kind schon, die Sammelkarten. Ja, okay. Ja, du hast recht, Alex. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Wir sammeln schon für das Kind die Sammelkarten ein. Gut, man hätte auch die Leitern denken. Dann mal los. Petra Krankenhaus. Hey, cool. Ich hab gedacht, wir sind noch fünf Tage unterwegs. Die Arne ist schon wieder böse. Ich glaube, ich passt durch. Moin. 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 Musik. Oh, schütze. Musik. Musik. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Hast du gehört, was Lily getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Das war's. Hey! Versprengte! Schnapp den Wulff! Brace! Schnapp den Wulff! Du verpackst das nicht! Weg von mir! Du verpasst das nicht! Schnapp den Wulff! 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 Keine Munition, los! Boah, das geht mir so auf die Eier, ne? Du willst halt ranchargen, du willst halt ranchargen und dann kriegst du die ganze Zeit, die können halt alle so, piu, 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 du kannst halt nicht schießen. Das war sehr schade gerade, ich hätte gleich schießen sollen. Oh. Versprengte! Alles klar. Alter. Mann. Oh, das geht nicht so auf Zack. Diese scheiß Gestanne. Ich will chargen. Randa. Okay. Uh-oh. Oh, yeah. Oh. 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 Ja. Ja. Es gibt Ärger. Nein! Sascha! Das Pfeifen ist mega cool. Das ist halt älteres, na wie soll ich sagen, Alarmsystem? Ist doch mega. Ja, Sascha ist nicht mehr jetzt. Sascha, trauriger Pfiff. Ja. 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 Ist das jetzt das Krankenhaus oder nur das Parkhaus? Fett. Ich weiß nicht. Ja. 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 Ich hab noch keinen Plan. holy fuckaroni ist das voll hier oben was suchen wir alles ab nicht nach wer hier ist schlapp den wolf das war nicht gut ja 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 da muss ich auch ganz kurz die ganzen pfeile sind kaputt gegangen ich hoffe bei dir das besser ja du das haben wir alles wir haben auch da dass das was drei besser wird aber naja es ist still nach versprengten ausschau halten von da drüben ihr wollt mir jetzt ein ernstes weil ihr wollt mir jetzt weiß machen dass sie noch lebt ja